ich folge mal ich folge mal lila wir können wollen wir schule gleich raus oder wir nehmen jasnaya habt ihr angst dass da jetzt gleich viele runter kommen aber es als einzige vor dem angst haben müssen sind buntschirme alles andere ist easy peasy glaube ich solle wir den vorderen bereich hier blatt anspruch oder ich würde erden also ich würde hier erst die den vorderen bereich also hier so wir können auch unsere aufteilen müssen zweier trupps also ich dachte hier vorne direkt ja sehr gut ich nehme zwei das bin ich ja ja okay ich bin schon fast gestorben ich muss erst landen gott direkt beste waffen die es gibt und ich habe gleich die beste die es gibt gefunden die dreier weste hier alle deine lieblingswaffe kannst du rest verkaufen du hast doch gesagt ich hole mir eine trug anauf und schießt alle ab die nicht lila du hast du rein jahre ist oder gut gut stoppt nicht so viel schütten habt ihr irgendjemand gesehen das waren es kreis man wer von euch ist bei mir im häusle der eine dreier weste hat als falls sie was braucht hier habe ich vor den schönen blut abgeworfen wer eine akm findet muss sie mir geben ich habe eine akm habe ich schon sks habe ich schon akm ich habe eine akm lila bist du bei mir wer sind bei mir im haus niemand 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 also da liegt kompensator abgerinkelter griff und so aber meine markierung äh lila komm mal rüber da draußen ist action irgendjemand hat auf mich geschossen ich bringe dir deine grünen auf was du noch keine hast ja er passt hier hast du eins nicht auf grün eins nicht auf grün siehst du grün nö ok ich sehe grün ich sehe grün dann schieß ja hier wird äh du gar noch aber direkt so one shot so das brauche ich nicht das brauche ich nicht ja hast du die smoke geworfen lila nö what the fuck wer na bei uns hä wer hat die smoke da reingeschmissen hat jemand ein visier ich hab vierfach jetzt mal im ernst wer hat die smoke da reingebrochen oh ich höre schon eine stimme das war lila nö ich hab keine smoke habt ihr den dude bei grün erwischt ah ich sehe noch einen hinter der kirche läuft einer mein roter marke wir müssen sowieso los ich schau mal ob ich ein auto finde man muss auf die straße gehen ich kann gehen hauptteil jemand bringt mir ein visier ich glaub das braucht jeder wer ballert hat wo ist der dude der grad hier geschossen hat sag mal wie viele blendgranaten hast du sieben holy moly ich hab endlich ein vierfach wenn jemand irgend ein visier findet alles mit mir ich glaub gar nicht ich kämpfe mit rot äh ich hab nur vierfach auf dem karabiner ähm äh bei bei lila im haus lagen glaub lagen vierfachs ich hab aber selber vierfach genommen ich hab vierfach so brauch vielleicht keine wo ist der dude zerreißen oh du hast ne der war hier unten also wenn einer von euch ich würd den schrägvisier nehmen falls einer findet ja ich bin im auto ich suche ich suche ein auto mit vier wo vier reinpassen ich komm mit ich komm mit falls wir noch ein zweier auto finden ja wir müssen noch ein wir müssen noch ein oh gott ne ne mach das mal nicht du stehst du auf der offenen fläche das ist nicht gut ja 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 eigentlich könnten wir uns jetzt auf die socken machen äh lila äh und solltberg ich fahr mit fress und soltberg du fährst mit wänder fahren wir nach rossau oder ich wänder dahin ich komme ich komme ich komme sobald nicht alle die aus links rauslaufen abgammel könnten wir eigentlich auch machen ne ja das stimmt wir könnten die noch schnell abstauben die da rauskommen aber Wir können das Auto Ich seh allerdings Nach Raushopp Aber um ehrlich zu sein Ich seh keine Dudes da rauskommen Die sind drin noch Irgendwie verstehe ich es auch nicht Was ist denn los Ah da drüben Ich seh einen Player Roter Marker Ich hab ihn genockt Ist hinter dem Heuballen Roter Marker Hinter dem Heuballen Roter Marker Ist einer genockt Ich hol das Auto Können wir auch machen Wir splitten uns auf Ich packen es heute ein Und wir fahren mit zwei Autos Hast du den Typen? Ist der noch da? In welcher Markierung fahren wir? Autsch Da kräucht einer Lass uns kurz zu denen Und denen kurz helfen Damit die kurz die ganze Viewsblatt machen Die du gespawnt hast Okay raus aus der Zone Wir ziehen uns Dann zu gelb Äh Ich bin nicht Nein, nee, nicht gelb Äh Doch, jetzt gelb Also fast die ganze Zeit Geradeaus Wenn du willst damit ich fahren Soll ich fahren? Nein, ich fahr Entschuldige mir Extra ein Auto Dass ich fahren kann Und darf Mobbing Nein, du kannst bestimmt besser Aus dem Auto schießen Als ich, oder? Naja, weiß nicht Du bist gut heilt Ich bin scheiße aus dem Auto Vor uns, vor uns, vor uns Direkt vor uns Ich kann nicht schießen Ich muss in die Zone Sonst sterben Ich sehe einen Was ist das denn? Da liegen überall Typen rum Was ist das denn? Wer hat eine Vektor? Schall die Vektor? Ich? Okay, alles gut Du kurz hoch Du brauchst mir die Staff Ich hab nichts Was ist das denn? Wo hinter uns? Wir laufen in die Zone rein Marker? Welcher Marker? Wir müssen gleich wieder weiter in die Zone. Lass mal hier noch kurz bleiben zum Abstauben. Ich habe nämlich da hinten auch noch welche gehört. Aber wir haben zwei Autos, also ist alles gut. Ich sehe welche an der Schule. Einen ersten genockt. Da waren aber noch mehr. An der Schule, da ist noch einer. Aber ich glaube, das sind Bots, die werden sich nicht gegenseitig... Ja, let's go. Es schwimmt ein... Ah ne, wartet, wartet, wartet. Wartet nicht ohne mich. Kann ich auch machen. Wurst. Ich habe nichts wirklich. Hä? Ja, ich habe 16 im... Oder es sind noch 8 im Dings. Im Kofferraum. Wir parken den Killkarpfen auf dem Dach ein. Ja, genau, weil ich geahnt habe, dass Oli fährt. Ich meine Bänder. Ich sage. Achso, Rels, du schießt raus, wenn irgendjemand da ist, weil ich schock hinter dich. Ja, ja, okay. Wir probieren das, wir probieren das. Besser ist natürlich... Aussteigen oder so. Hä? Warte kurz, ich muss... Steig kurz aus, ich muss mich heilen. Steig ein, dann fahre ich weiter. Ja, gleich. Ey, du hast diesen Auskinder. Ja. Ja, der kauft sich die immer, um es ihm angeben zu können. Ja, und dann... Weil er eine Freundin ist. Ja, genau. Da freut sich meine Freunde. Da will er sich endlich mal was leisten kann. Vielleicht in die nächste Zone fahren. Ja. Hä, wo war der? Oder hat einer von uns geschossen? Hä, wo... Ich sehe... Ich sehe niemanden. Ah, doch... Nee. Ich sehe keinen. Okay, weiter. Lila ist ungeduldig. Lila ist ungeduldig. Ja, ich bin sehr ungeduldig. Nicht so schlimm. Das ist eine... Ich habe so eine schlimme Zimmerpositionierung. Ich bin schon mal benachteiligt. Der Arme, ey. Die Sonne geht gerade auf und die leuchtet mir direkt ins Gesicht. Bei euch ist Sonne? Ja. Oh, shit. Habt ihr das gesehen? P90 Headshot. Ja. Kleinen Dude mit P90 Headshot. Da ist einer. Vorsicht. Da ist mit Sicherheit noch mehr. Da sind mit Sicherheit noch mehr. Da hinten ist auch einer. Ah! Mein Marker! Lila hinter dir! Oh mein Gott! Mein Spray war ultra daneben. Ich habe mir gerade geheilt und jetzt habe ich noch mal heilt. Ich habe irgendwie einem voll eine verbraten. Ich glaube, es war Olli. Oh Gott! Das kann sein. Das ist mir voll eine reingebreddert. Da war mir nicht gerade so schön geheilt. Ich würde jetzt so gerne Granate hinterher werfen. Da oben sind auch noch welche, glaube ich. Mach das nicht, wenn du ein Chicken-Ding da holen willst. Gott, es sind überall welche. Ja, deshalb stecke ich ins Auto und fahre in die nächste Zone. Holte euch. Warte, warte. Flugzeug kommt. Mit ein bisschen... Team. Roter Marker. Blüter Busch. Okay. Wollen wir zur Crate? Wo ist die Crate? Die Crate, komm. Ich habe beide angeschossen. Sollen wir rüberfahren? Wollen wir die Platten machen? Auto kommt, Auto kommt. Raus aus dem Auto. Wir verstecken uns in den Häusern. Wo ist das Auto? Da, wo ich markiert habe, ist ein Auto. Blau? Ja. Ab ins Auto. Oh, warte, ich wüsste. Wüsste. Okay, let's go. Ja. Lass uns verziehen. Okay, passt. Lass uns verziehen. Auf dem Feld sind welche. Da auf dem Feld war ein Vieh. Da ist gerade welche vorbeigerannt. Vorsicht, Leute. Wir haben gegnerisches Team-Up bei Blau. Wir müssen aufpassen. Wir sollten uns irgendwie hier verziehen. Ja, okay. Der ist genug. Ich würde aber sehr gerne jetzt auch in die Zone fahren. Wir haben noch 100 Minuten. Mein Marker. Roter Marker. Okay, los. Okay, auf geht's, Auto. Haben wir alle drin? Bänder fehlt noch. Vorsicht, äh, vor uns ist ein gegnerisches Team. Wenn, rein, okay. In diesen, bei Rot ist ein gegnerisches Team drin, glaube ich. Oder wie war denn das? Bei Blau. Äh, bei Blau, ja. Bei Rot bist du selber. Sind die noch da, oder haben die sich wieder verkrümelt? Das Auto haben wir nicht nochmal gehört, ne? Ich bin, äh, es ist derzeit, dass sie weitergefahren sind. Ich bin weitergefahren. Ich hab das Auto hochfahren sehen. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Das sind zwei. Das sind drei. Direkt vor uns. Ja, was war denn das? Da ist noch einer. Rotberg hat mich gesehen, sehr gut. Halleluja, Leute, wir haben aber gut weggehauen. Ich mag jetzt nicht mehr mit dem Auto fahren. Das Auto hat zu viel Schaden. Vorsicht, stellt euch mal nicht so auf die offene Fläche. Wir haben doch das gegnerische Team da auf dem Berg noch. Ist gut, ja, ist möglich. Ey, wir könnten da in die Gebäude rein, die sind in der Zone. Ja, ob lässt du da, ja. Wird nicht mit dem Auto fahren, das hat zu viel Schaden. Ne, ne, wir laufen, passt schon. Gegnerisches Team, ich sehe ein Team. Die stehen alle hinter dem, hier. Das sind Player, groter Marker. Schießen, auf geht's. Da, ein, zwei, drei. Ne, es sind keine Player. Niemals sind es Player. Einen habe ich. Beide sind, glaube ich. Ja, beide platt. Okay, alles klar. Hey, jetzt ist nur noch ein Team wahrscheinlich. Ja. Die sind zu dritt, das ist gut. Wir haben einen mehr. Ja, klar. Warum ist es jetzt plötzlich so hell geworden? Flugzeug. Flugzeug. Wir haben da ein Motorrad und auf der Straße. Hey, die Crate kommt direkt über uns runter. Die Crate kommt direkt über uns runter. Achtung, hier war jemand. Ich höre ein. Gegnerisches Team bei Roda Marker. Ich habe ihn zweimal getroffen mit der Dragunov. Roda Marker. Hinter dem Baum. Ich sehe manchmal die Waffe. Hinter dem Baum. Ja, 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 ja. Seht ihr die Gegner? Hallo, die schießen auf mich alle weg. Die haben mich gesehen. Oh, shit, Frau Schmidt. Da ist eine Military West, Leute. Da hinten am Baum guckt er immer wieder einmal rechts einmal links heraus. Aufpassen. Weil hier ist immer noch blauer Marker, oder? Ja, blauen. Halt da. Auch hier's gelbe Markierung. Der muss doch jetzt in einem Baum raus, oder? Der ist doch draus außerhalb der Zone. Ja, ja. Oh, shit. Einer hat mich getroffen. Das war wahrscheinlich der am Baum. Nee, mhm. Nee. Da muss noch ein Sniper da sein. Bewacht ihn am Baum. Ja. Da muss noch einer da sein. Der läuft, der läuft, der läuft. Da muss noch irgendwo ein Sniper... Ich bin aus Versehen, mein Schuss. Wir sind fast getroffen. Ich sehe nicht mehr. Kommt er zu uns? Hinter dem Stein. Grüne Markierung am Stein hinten. Und da drüben ist auch irgendwo noch einer. Steine Markierung. Nach hin. Fender, hilf mir. Revived Lila. Ich bin nicht allein im Haus. Überverhalten Lila. Wo ist der zweite Typ? Ich sehe den zweiten nicht. Also einer ist bei... Okay, ich habe einen zweiten gesehen. Roter Marker. Roter Marker. Ja. Schmeiß Granaten hin. Habt ihr Granaten? Scheiße, ich habe keine Granaten. Der eine ist außerhalb der Zone. Ja, ich sehe es. Shit, was geht? Ich treffe nichts. Oh mein Gott. Was war das für ein Match, Leute? Was war das für ein Match? Um Gottes Willen. Irgendein interessanter Fan. Was war denn das für ein Match? Das war ja furchtbar hier, aber gar nichts getroffen. Also da hätte ich ohne euch nix gerissen hier. Ja, 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 ja.